Wenn man ein bisschen Blut hat, dann hat man danach ziemlich hohe Abschusszahlen. Ja, zu garantiert. Oh. Oh. Oh, ich hab den Heli gekriegt. Schön. Wird zwar kein Bonus, aber... Können wir da noch wen hinein? Nein, da oben haben wir noch ein paar. Ja, da hinten kommt noch einer angelaufen. Müssen wir da noch ein bisschen warten, bis er fliegt. Jetzt dürfen wir das hinhaben. Na? Noch irgendwer? Oder haben sie genug? Sieht so aus, als hätten sie jetzt erstmal genug. Ähm... Da oben haben wir noch... Und... KVA hat zu ihm ein Titan auf den Hof gerollt. Verstanden, Bravo. Wir sehen einen Werfer ganz in der Nähe. Mitchell, schnapp dir den Werfer und schalte den Titan aus! Oh, jetzt machen wir mal das Ding. Hier war wieder so eine Stelle. Die hat mein PC gar nicht gemocht. Wer weiß warum. Der Bastard hat ein Trophysystem! Noch mal! Keine Ahnung. Aber... Da ist er eben aufgestürzt. War ein bisschen merkwürdig. Ich glaube nicht passiert das nicht von mir. Leicht eine Munitionskiste auf der östlichen Seite der Straße! Hm... Munitionskiste... Unter Fuß. Hol mehr Munition für diesen Werfer, Mitchell! Ich glaube, das waren jetzt alle Granaten. Leicht eine Munitionskiste auf der östlichen Seite der Straße! Das mache ich nur... Hol mehr Munition für diesen Werfer, Mitchell! Achso. Ob... Vielleicht ist er ein bisschen hoch. Ja. Auf dem hoch. So, ich habe jetzt Munition für den Werfer. Den Tython mit dem Werfer erreden! Den Tython mit dem Werfer erreden! Ah... Ah... Gut, ich bin schwerverletzt. Ich gehe hinter dem Ding in Deckung. Oh, ich kann mich auch da durchscannen. Das ist schön. Und... Erstmal wäre er gerade kaputt gegangen. Gut gemacht, Mitchell! Genau. Dieser fremische Werfer. KVA-Techniker haben das Sicherheit. Und versuchen einen GAU einzuleiten. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ah... Verstanden, Profit! Wir sind unterwegs! Wir müssen zum Kontrollgebäude! Bewegung! Ich bin doch schon unterwegs. Könnte einer... Das war nicht meine Absicht. Warum habe ich dafür keine Munition? Achtet auf Zivilisten! Hoppla! Ab schnellsten kommen wir durch den Aufzugsschacht runter! Tja, Sache! Wir sind ja nur in die Richtung gelaufen. Ähm... Ach... Dann rutscht das Seil runter. Äh... Hier war auch ein... Ach nee! Die Marker sind unter der Norm, aber stabil! Können wir es noch schaffen? Ich glaube, irgendwo bei dem... Kernspin-Ding war... äh... ein Laptop. Das war ein Massaker! Ach nee, ich glaube... Irgendwo hier stand einer. Rechts halten! Es gibt eine Abkürzung! Aber da wird es hässlich! Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo hier die Gegner auftauchen. Ach nee, hier noch gar nicht. Ja, genau. Hier noch gar nicht. Jetzt müssen wir erstmal hier die Schleuse öffnen. Karte! Die Tür öffnen! Verstanden! Was ist los? Der hängt jetzt irgendwo... Nein, er... doch... mehr oder weniger irgendwo... Er musste noch... ...observieren. Sie müssen laufen... Also... Er ist, ich muss ... ... er ist, in diesem Moment ein... Er ist es... Ich muss mal gucken. Er ist, ich muss mal gucken. Er ist, ich muss mal gucken. ... er hat die Macht gemacht! Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken... wenn das mal scharfe zu lehren aber hiermit geht das wesentlich einfacher ich glaube es ist immer einer ich meine hier irgendwo eine kiste mit munition das war mein eigener mann och komm schon dem anderen habe ich den rücken geschossen jetzt habe ich nur auf den kopf geballert warum schießt nichts mehr ok das war doof ich habe mich selbst erwischt ja das war los 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 so bravo ihr müsst so schnell wie möglich durch den reaktor ziele auf dem balkon ausschalten ok ich glaube das ging hinter neben ich hole mir mal eine andere waffe das hilft dann doch ganz gut schön dass man heute schnell wirklich schnell nachladen kann ähm ach verdammt dammte axt los 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 irgendwo war da auch noch eine munitionskiste ach komm da ist auch noch einer gewesen interessant bravo bravo ihr müsst so schnell wie möglich durch den reaktor ziele auf dem balkon ausschalten also dann gibt es ja gar keine ziele auf dem balkon ja doch vielleicht auf dem vielleicht bei dem balkon vielleicht bei dem balkon zwei habe ich noch das gab es hier eine munitionskiste irgendwo gab es doch hier eine munitionskiste ich kann ihn von hier nicht sehen das wäre dann die Frage für den EMP aber ist das ein EMP oder so hm 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 1 a ma drohen Den habe ich zwar getroffen, aber nicht getötet. Ich hatte keine Granaten mehr. Das ist ein Ja-Fake. Irgendwo war doch hier noch eine Manitionskiste. Irgendwo muss doch hier eine sein. Ach, ich muss mir meine andere Waffe holen. Dann ist es einfacher, dann sehe ich die nicht schneller. Definitiv hierfür das Beste. Sag bloß, die haben die... Okay. Die hat sich verdunisiert, weil ich zu weit weg war. Oder... So, wollen wir mal sehen. So, schön. Bis zum Kontrollraum sind es noch 300 Meter. Verstand! Heftiger Widerstand im Reaktor! Verstanden! Okay, das war eine Drohne. Was sind denn jetzt noch welche? Oh. War ein Granater. Ist niemand mehr zu sehen. So, ist das auch einer. Dann haben wir hier in der Macht recht. Oh, okay. da oben noch eigentlich hatte ich auch den ich dachte ich könnte zurückwerfen wir sind beim lasten auf das ist ein touchback kein manuelles um ein knopf